Es ist die Nacht von Dienstag auf Mittwoch und ihr hört den TechCast. Es ist Folge 9. Hallo, ich bin Moritz. Und ich bin Jonas. Hallihallo. Und wir beide begrüßen euch ganz herzlich zum Podcast für die England-Fans unter den Regionen Süddeutschlands. Ja, was für ein Finale. Wir hatten es fast erraten. Ja, tatsächlich. Noch in der letzten Folge, als wir da noch so rumorakelt haben. Überraschenderweise im Elfmeterschießen hat sie es entschieden. Ganz knapp. Italien ist Europameister. Herzlichen Glückwunsch von unserer Seite. Forza Italia. Forza Italia. Ja, nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass die Folge von letzter Woche ein bisschen schlecht gealtert ist. Ja, ja. Obwohl, also vor zwei Wochen, obwohl ja nur zwei Wochen dazwischen lagen, hat sich, ja, die Folge irgendwie... Selbst eingeholt, so. Die Realität hat den Witz wieder eingeholt, des Hagelschadens. Ja, tatsächlich. Ja. Ja, tatsächlich. Das konnten wir natürlich noch nicht wissen vor zwei Wochen. Wir hätten es ahnen können vielleicht aufgrund der Häufung der Vorkommnisse, aber... Ja, ja. So was denkt man ja nie. Ja, und das war Siebenschläfer. Ah. Irgendwann in dem Zeitraum. Ich weiß nicht, wann es Siebenschläfer ist. Aber anscheinend war wohl irgendwann Siebenschläfer und dann bleibt ja das Wetter anscheinend eine Weile so. Also, ähm, weirder Juli auf jeden Fall bis jetzt, wettertechnisch. Also, wir sind ja unglaublich dankbar, dass solche Szenen wie in NRW und Rheinland-Pfalz vor allem uns hier erspart geblieben sind. Mhm. Deswegen toi toi toi, dass es auch weiterhin so bleibt und dass jetzt vielleicht endlich mal der Sommer irgendwann kommt. Ich weiß noch, wir haben vor einigen Folgen, also bestimmt schon vor Monaten, den Sommer einleiten wollen hier. Hatten auch zwischenzeitlich eine richtige Schweißfolge. Ja, hatten Schweißfolge. Und seitdem nur noch Unwetter. Ja, irgendwie läuft gerade nicht so, sommertechnisch. Da muss Petrus nochmal ran. Ja, auf jeden Fall. Wobei ich jetzt natürlich nicht dazu zum Beten übergehen will. Nee, aber wenn man Petrus dann an der Himmelspforte begegnet, muss man vielleicht einfach mal zuschlagen für diesen Sommer. So, äh, gestern gab es in meiner Familie ein, zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder ein kleines Get-Together. Oh, ein Gathering. Ja, ein richtiges Gathering und da ist mir dann aufgefallen, ich weiß nicht, ob das allen Leuten so geht, aber zumindest in meiner Familie ist es eine feste Regelmäßigkeit, dass ich gesagt habe, okay, ich kann da ein Gesetz... Ein Muster. Ja, ich kann da ein Muster kennen, eine Gesetzmäßigkeit. Das sind genau drei Faktoren, die bei jedem Gathering bei einer schwäbisch-deutschen Familie zusammenlaufen. Und die wer? Fakt Nummer eins. Wer sitzt wo? Wer sitzt mit wem? Oh ja. Man könnte sich einfach irgendwo hinsetzen, weil man kennt sich ja, man ist ja miteinander verwandt. Nein, man muss locker 15 bis 20 Minuten darauf zubringen, wer mit wem wo sitzt und wo die Kinder sitzen können. Und dann sitzt man schon und dann muss man doch wieder aufstehen und nochmal, so wie bei Reise nach Jerusalem, nur dass noch mehr Stühle dazukommen. Und alle wollen neben dem Kleinen sitzen. Alle wollen neben dem Kleinen sitzen. Ich lande dann immer neben dem Kleinen mit seiner feuchten Aussprache, der auf meinen Teller spuckt. Also der Einzige, der nicht neben dem Kleinen sitzt. Ich sitze schon gern neben dem Kleinen, aber ich sehe da nicht so eine große Notwendigkeit, das immer so durchstrukturieren zu müssen, wo am praktischsten sitzt. Am schlimmsten wird es noch, wenn da noch ein Hund dabei ist, weil der muss ja immer an dieser einen Eckkante sitzen, beziehungsweise das Herrchen oder das Frauchen. Die zweite Regel, wer fährt, also wer muss fahren, nicht wer darf fahren, sondern wer muss fahren, damit nämlich der andere sich die Kante geben kann. Es wird aber meistens zu spät geklärt. Ja, es wird meistens dann geklärt, dann ist nämlich immer der Sohn oder die Tochter der Leidtragende, der spontan dann noch angerufen wird. Jonas, du musst uns abholen, wir haben beide schon getrunken, bevor wir geklärt haben, wer trinken darf. Die dritte Regelung, wer zahlt, nicht wer zahlen muss, sondern wer zahlen darf. Das läuft dann so, ob das meistens dann die Oma oder der Opa sagt, er zahlt, ich zahl. Dann heißt es, nein, um Gottes Willen, das machst du nicht. Dann schleicht sich dann derjenige oder diejenige dann irgendwann aufs Klo kurz und kommt dann wieder und verkündet dann freudestrahlend, ich habe gezahlt. Dann immer um Gottes Willen, wieso nein? Und dann, wenn man das Spiel noch weiterspielen will, dann wird dann demjenigen oder derjenigen dann sogar noch Geld heimlich zugesteckt. Damit man von dieser unerträglichen Bürde befreit ist, dass man heute nicht gezahlt hat. Bei uns wird das nicht feierlich verkündet, das stellt sich dann so raus im Laufe des Abends. Nachdem es dann geht, wie machen wir es jetzt mit dem Zahlen? Ah ne, ich habe schon gezahlt. Das kommt auch vorher. Okay, also das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben, würde ich so mit rausschicken. Apropos mit rausschicken, wir müssen auch noch das Finale mal von unserem Originals-Ding durchziehen. Ja tatsächlich, ich warte immer noch, immer noch auf den Stein, ich glaube, ich lasse es jetzt einfach, ich mache einfach mal das Finale und dann irgendwann gibt es halt dann einen Pokal und vielleicht gibt es einfach einen unfertigen Pokal, würde ja auch irgendwie passen. Ja, das finde ich gut. Das heißt, ihr liebe ZuhörerInnen könnt euch auf jeden Fall, liebe Techies, ihr könnt euch auf jeden Fall drüber freuen. Es kommt das große Finale. Wir haben quasi die komplette EM abgewartet, um jetzt unser Finale, das epischste Finale aller Zeiten auszutragen. Wer ist das Kirchheimer Original Nummer eins? Das Kirchheimer Original, der Originale. Genau. Jutta Ziller oder Anne Kenner. Das ist quasi das Italien gegen England unter den Kirchheimer Originalen. Der Worst Case also. Ich würde sagen, die Besten, die sich durchgesetzt haben. Ja, okay. Ja gut, solange die Verlierermannschaft nicht rassistisch auf Twitter wird. Wer weiß, was der Kenner oder die Ziller vorhaben. Randale auf dem Marktplatz in Kirchheim. Das nächste Kennerplakat wird übermalt. Das hoffen wir natürlich nicht. Oder die Linde wird angesprüht, Scheiben werden eingeschlagen. Wir sind gespannt. Wir hoffen, es bleibt ruhig in dieser Nacht, der Entscheidung. Wir sollten uns vielleicht zurückhalten, Jonas. Ja, wir haben schon viele Sachen vorhergesagt. Wir haben hier schon gejinxt, offensichtlich. Deswegen, ja, belassen wir es mal daran. Jonas, ich habe es ja letzte Folge schon angekündigt. Ich habe die Jugendkonferenz moderiert, beziehungsweise war Teil davon. Es war eine zweigeteilte Veranstaltung. Es war einmal die Jugendkonferenz. Es war der Nachmittag. Da haben eben Jugendliche über verschiedene Themen diskutiert. Und am späteren Nachmittag war dann eben das sogenannte Jugendhearing im Ratssaal der Stadt Kirchheim. Und da wollten eben die Gemeinderäte und der Bürgermeister hören, was man da so erarbeitet hat, was quasi die Jugend so will von der Stadt. Und auf den ersten Teil möchte ich da jetzt gar nicht mal so groß eingehen. Es war super interessant, so zu hören, was die ganzen Jugendlichen so für Bedürfnisse haben. Und zwar total interessant, denn da gibt es auch nicht viel drüber rauszutragen, weil es natürlich auch ein Stück weit in diesem kleinen Kreis bleiben soll. Aber es gab dann eben dieses Jugendhearing im Anschluss. Und da wurde dann aus jedem dieser vier Themenbereiche, haben sich eben ein bis zwei Jugendliche bereit erklärt, das so vorzustellen, so eine kleine Zusammenfassung. Und diesen Teil habe ich dann quasi moderiert, zusammen mit der Eva vom Jugendreferat von Kirchheim und der Vroni von Bepart. Und es war quasi ein großes Zoom-Meeting. Das heißt, es war also ein bisschen weird alles, weil wir saßen eben im Ratssaal. Ich, der Herr Bader, der Bürgermeister, war auch dabei. Eben die Leute vom Jugendreferat und Techniker und dann eben noch die paar Jugendlichen, die eben die Themen vorgestellt haben. Und der Rest war eben auf einer riesigen Leinwand in einem Zoom-Call Teil dieser Veranstaltung. Und es lief überraschend gut, also zumindest das, was ich mitbekommen habe. Ich habe auch später gehört, dass man nicht so viel mitbekommen hat. Vor allem das Bild auch sehr schlecht war aus dem Ratssaal. Nichtsdestotrotz… Rechnerpunkt. Das habe ich nicht mitbekommen alles. Also ich saß ja in dem Raum und es wirkte alles einigermaßen gut. Es ging auch technisch tatsächlich relativ gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so funktioniert. Aber es war dann doch ein bisschen kurios auch, gerade eben diese Diskussionsrunden mit den Gemeinderäten. Es gab dann für jedes Thema 15 Minuten Zeit, in der quasi das Thema einmal vorgestellt wird und dann mit den Gemeinderäten diskutiert wird, was man denn da jetzt aktiv machen kann. Erstmal war es der SPD-Fraktion unglaublich wichtig, dass es quasi ihre Idee war, dieses Jugendhearing überhaupt zu veranstalten. Dass mir das aufgetragen wurde, als Moderator extra zu erwähnen, dass die SPD diese Veranstaltung initiiert hat. Und zwar schon 2019 oder so. Also auf jeden Fall schon vor ein paar Jahren. und haben sich da natürlich auch erstmal groß drüber feiern lassen. Es gab eine kleine Vorstellungsrunde, da sollten sich alle Teilnehmer mit drei Hashtags vorstellen. Ich sage mal, bei den Jugendlichen hat das ganz gut geklappt. Bei den Gemeinderäten wurde es da ein bisschen umgangen, so kann man sagen. Also es fing ein Herr von den Linken an. Hashtag Mehrzeile oder wie? Es waren überhaupt keine Hashtags. Es waren so, ja, ich bin XY und ich setze mich seit Jahren dafür ein, dass die Jugend dies und das und jenes und zusammen können wir bestimmt hier ganz viel Tolles erwirken. Und BOTD, Swag, YOLO. Also es war im Prinzip einfach so eine normale politische Vorstellungsrunde. Das hat sie also niemand an diese drei Hashtags gehalten. Es war auch eine Bundestagsabgeordnete aus dem Kreis da, die Renata Alt von der FDP. Die hat sich vorgestellt mit dem Satz, dass ihr besonders die Bildung wichtig ist und dass sie dafür sorgen will, dass sie, also dass sie, liebe Jugendliche, die beste Bildung erhalten. Und dann stockte sie so und man hat richtig gemerkt, wie sie versucht, den Satz zu vermeiden, dass der Satz endet wie die sie sich leisten können. Und hat dann, hat es dann gerettet mit mir, dass sie die bestmögliche Bildung bekommen, die möglich ist. Finanziell. Also sie hat sich Mühe gegeben, kann man sagen, aber man hat es rattern hören. Ja. Eine Sache, die ich noch dazu sagen muss und da muss ich mich auch ganz dick entschuldigen, und zwar beim Giancarlo Crescende von der Jungen Union, den habe ich nämlich ausgesprochen. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus, ein treuer Hörer unseres Podcasts. Ich habe ihn nämlich tatsächlich mehrfach Gianluca genannt aus Versehen. Ja, und es tat mir so leid, weil ich immer dachte, ja jetzt, diesmal, diesmal habe ich so. Aber ich habe es wirklich mehrfach verkackt, weil ich nur Gianlucas kenne. Deswegen bin ich da irgendwie immer falsch abgewogen. Also lieber Giancarlo, es tut mir sehr leid, dass ich dich da mehrfach Gianluca genannt habe. Nichtsdestotrotz war es ziemlich interessant, weil die Stadträte doch sehr unwissend waren teilweise, was so Jugendbeteiligung auch angeht, weil gerade im Feedback dann kam so voll oft, ja, wie kann man denn da jetzt im Kontakt bleiben? Und ja, sowas müssen wir viel öfter machen, dass wir so Stimmen von den Jugendlichen hören. Dabei gibt es ja BIPART. Das heißt, die können ja einfach da hinkommen. Die können ja einfach zu den Sitzungen von BIPART kommen. Das wissen die eigentlich auch, weil das von BIPART immer wieder kommuniziert wird. Das heißt, die hatten, das war einfach gar nicht bewusst. Eine interessante Aussage kam auch vom Gemeinderat der Linken. Der hat tatsächlich gemeint, dass, ja, also es ging so um das Thema Umwelt und Mülleimer und so. Und er meinte dann, ja, das sind jetzt auch Themen, die hätten auch von älteren Leuten kommen können. was sind denn da die jugendlichen Aspekte? So, ihm fehlt da die Meinung der Jugendlichen. Aber es war ja das, was die Jugendlichen erarbeitet haben am Nachmittag. Also es geht ja nicht. Platt wieder am Wähler vorbei. Ja, tatsächlich. Es geht ja nicht mehr jugendlich, als das, was die Jugendlichen selber sagen. Ja, vor allem, weil es ja, weil es ja, es war glaube ich, eine der größeren Gruppen auch, die da diskutiert hat. Und das waren ja die Vorschläge, die die Gruppe gemacht hatte. Kann ja nicht, kann man ja nicht sagen, ja, das hätte jetzt auch von jemand Alpen kommen. Was sagt die Jugend dazu? Der wollte halt mehr Graffiti und so, mehr Skatepark, mehr seitlich am Kopf weggetragene Caps und so und Jugendsprache. Aber ist das nicht viel besser, wenn ältere Leute und junge Leute gemeinsam sogar die gleichen Ideen haben, wie man die Umwelt besser schützen kann? Also ist das nicht eher ein Vorteil? Ja. Zumal ja die Älteren auch immer noch mitwählen. Insofern ist er gerade geschickt. Ja, eben. Also das fand ich auf jeden Fall einen sehr interessanten Einwurf. Beziehungsweise Auswurf. Was ich noch eine interessante Beobachtung fand, war, dass man teilweise, dass einige Gemeinderäte dann mehr oder weniger direkt auch den Bader und seine Politik, ich will nicht sagen angegriffen haben, aber kommentiert haben und der Bader kein Anzeichen gegeben hat, dass er darauf antworten möchte. Er hat es immer einfach so stehen gelassen. Ich fand das irgendwie ein bisschen schade. Ich dachte da, dass er dann darauf Bezug nimmt und dass er da so ein bisschen lokalpolitisches Feuer... Er hat also laschetisiert. Er hat absolut laschetisiert. Es ging zum Beispiel darum, ob jetzt Busbuchten oder eben diese, die Variante, dass Busse eben auf der Straße direkt halten, was jetzt da besser ist. Es gibt ja unterschiedliche Aussagen von verschiedenen Verkehrsuntersuchungen. Und die SPD-Fraktion hat dann relativ offen dem Bader eben angegriffen. Die meinten, ja, der Bürgermeister hat ja eben am Anfang seiner Amtszeit auch gesagt, dass er für die Busbuchten ist und das auf der Straße halt nur eine Ausnahme sein soll. Anscheinend besteht Kirchheim nur aus Ausnahmen, wenn man sich den Busverkehr aktuell so anguckt, war mehr oder weniger quasi die direkte Aussage. Keinerlei Reaktion vom Bader. Ja, eindeutig laschetisiert. Absolut laschetisiert. Da hätte ich mir deutlich mehr... Lasche fair. Da hätte ich mir deutlich mehr lokalpolitisches Fuego gewünscht. Und ich hoffe, dass wenn der Bader mal zu uns in Podcast kommt... Dann müssen wir es aus ihm rauskippen. Dass er dann überhaupt auf Sachen antwortet. Dann müssen wir so lange rumkokeln, bis das Feuer aus ihm herausfricht. Nanns oder Tech-Center. Einen interessanten Punkt, der eingebracht wurde, war auch die Forderung nach mehr Jugendhäusern oder Orten, an denen sich Jugendliche begegnen können. Und da hat Jutta Ziller, bekannt aus Folge 5 des Tech-Casts... Grüße gehen raus. ...leiterin des Jugendhauses, des Mehrgenerationenhaus Linde, einen interessanten Punkt eingebracht. Und zwar war, weil es eben um 16, 15, 16-Jährige so ging, haben die einfach festgestellt, dass sie die Linde oder so nicht kennen, weil die ihre ganze Jugend in der Pandemie verbracht haben und die halt einfach alle zu hatten. Ja. Weil davor waren sie halt Kinder und hatten damit nicht so, hatten da nicht das Bedürfnis danach. Und das kam eben quasi jetzt erst so eben mit dem Alter entsprechend, klar. Aber die haben das halt so nicht erlebt. Und das fand ich tatsächlich eine ziemlich krasse Aussage, die mir sehr im Kopf geblieben ist. Das ist einfach, ja, dass sie ihre Jugend komplett bis jetzt in der Pandemie verbracht haben. und sowas wie Jugendhaus, ja, gar nicht wirklich kennen einfach. Ja, die ganzen jährlichen Ereignisse, die man so einmal im Leben, in einem Jahr gemacht hat, die sind ja dann weggefallen bisher. Ja, und das darf man, glaube ich, nicht vergessen, weil man sowas doch relativ schnell vergisst. Ich meine... Es geht immer nur um Abschluss. Ja, ich meine, ich kenne es auch von mir, so in meinem Studium. Ich habe jetzt auch doppelt so lange in der Pandemie studiert, wie ich ohne Pandemie studiert habe. Und ja, bald ist mein Studium rum. Und wahrscheinlich ist da immer noch Pandemie. Ja, so geht es mir mit meinem Bachelor jetzt. Ich komme erst zum Ende vom Master wieder in die Uni zurück. Ja, letztes Jahr, als ich in mein Praxissemester gestartet bin, habe ich mir auch gedacht, ja, komm, im vierten Semester mache ich ein bisschen chilliger und mache auch Studentenleben ein bisschen mehr. Ja, Pustekunnen. Mehr Partys, ein bisschen mehr Leute treffen. Nix da. Lernen. Du bleibst daheim. Geile Treffen über Zoom. Geile Treffen über Zoom. Wähle jetzt 0800 888. Wähle jetzt HTTPS. Apropos heiß, und damit kommen wir direkt zu den Tech-Botenschlagzeilen der Woche. So, ich dachte, du sprichst jetzt über meinen Neuerwerb, meine Rollschuhe. Oh, hast du Rollschuhe? Ich habe mir Rollschuhe gekauft, apropos heiß, ja. Mit meiner pinken Hotpant über die Tartanbahn in Ebersbach gekrustet. So ein bisschen Disco-mäßig. Ich habe eure Fragen, macht ihr dann auch so Disco? Ja, ist zumindest der Plan. Wir üben gerade, umdrehen und rückwärts weiterfahren, was noch nicht so gut klappt, auch weil ich Inliner gewohnt bin, wo die Stopper hinten sind. Beim Rollschuh sind die Stopper vorne. Aber mit dem Anspruch, ein Kunstlauf-Profi zu werden, da geht man natürlich ganz anders an die Sache ran. Ich habe es ja auch immer im Auto, für den Fall, dass ich spontan Bock auf eine Session habe. Wenn du auf der B10 im Stau stehst. Ja, dann zack, kurz ums Auto. Oder mal am Rollschuhplatz in Kirchheim, den man gerne hier auch mal meine Aufforderung an die Stadt ein bisschen herrichten könnte, dass man hier wieder wirklich Rollschuh fahren kann. Auf dem Rollschuhplatz. Und meine vorherige Überleitung zum Thema heiß oder hot sollte eigentlich darauf abzielen, dass in Weilheim wohl Krämermarkt war und die Leute laut dem Tech-Booten richtig heiß waren. Und da will ich dich fragen, Jonas, wie steht es mit der Libido in Weilheim? Was Kram angeht, ist ja auf jeden Fall hoch. Die Libido allgemein hoch hatten ja auch vor ein paar Jahren erst den großen Sexskandal. Was? Den großen Sexskandal in der evangelischen Kirche, als unser damaliger Pfarrer mit der Sekretärin durchgebrannt ist. Das war dann ein großer, großer Skandal, auch weil die Sekretärin, das war eine stadtbekannter Familie, und die sind aber auch wieder zu ihrem Mann zurück irgendwie und der Pfarrer hat dann sein Amt niedergelegt und hat in einer Weinhandlung gearbeitet irgendwie und dann man hätte eine Stecknadel fallen hören, als es bekannt gegeben wurde anscheinend. Okay. Das war richtig Talk of the Town, oder? Ja, ja. Also ja, da geht es auf jeden Fall heiß her in Weilheim. Aber vom Priester jetzt auf die Weinhandlung umschulen, ich meine, der Weg ist ja jetzt nicht so weit, oder? Nee, nee, nee. Das kam ja gut. Einfach nur. Haben Sie irgendwelche Erfahrungen im Weingebiet? Ja, jeden Sonntag. Ja, ich bin professionell Wein ausgeschenkt, oder? Sehr gut, sehr gut. Sommelier. Sind Pfarrer auch Sommeliers? Bestimmt. Und was für ein Wein wird da eigentlich ausgeschenkt? Ein guter Tropfen oder der Billige aus dem Tetra-Pack? Sangria. Dann habe ich noch hier den Pfandfreitag. Und zwar, wir haben schon lange nicht mehr drüber geredet, aber diese Woche ist wieder ganz besonders gut. Und zwar, Schokoladenkuchen hat nur wenige Vitamine. Deswegen muss man recht viel davon essen. Liebe Kinder zu Hause, das stimmt nicht. Dann habe ich noch eine interessante Geschichte gefunden. Und zwar, der Hülbener Bombenbauer muss ins Gefängnis. Und zwar ist er jetzt verurteilt worden, weil er Bomben gebaut hat. Weil er Bomben gebaut hat. Und zwar, bis zu 7,8 Kilogramm hat eine Rohrbombe von ihm gewogen. Und er wurde wohl ertappt, weil das Amazon, der Amazon-Lieferant, dass es so ein Alarm ausgelöst hat, hat, weil er eben diese Sachen so bestellt hat, dass man da mal die Polizei vorbeigeschickt hat. Und er hatte wohl noch frische Wunden, als man ihn angetroffen hat. Das ist vom Experimentieren wahrscheinlich. Ah, Brandwunden. Wahrscheinlich. Ja, es ist ja alles, alles leider hinter einer Paywall hier. Danke, TechBoot. Das wäre doch das Mindeste, oder, nach dem tollen Artikel, dass ihr uns so einen Premium-Account spenden könnt. Dass ihr uns einen eigenen Artikel lesen könnt. Er geht ja auch schon nicht mehr. Und anscheinend ist das Tatmotiv Langeweile. Ja, warum nicht? Vielleicht einfach als Experimentierbaukasten. von Revell, Bomben. Ravensburger Bomben-Set. Kann man beim Götz in Weilheim kaufen. Ja, das heißt, wir haben jetzt quasi so einen eigenen Garagenbomber hier in der Region. Mal gucken, vielleicht hört man ja nochmal was von ihm. Und Jonas, dann gibt es noch eine erschreckende Nachricht, eine fast erschreckendere Nachricht, als die des Hülbener Bombenbastlers. Und zwar geht in Hebsesau der Obstklau um. Und die Lage spitzt sich wohl immer weiter zu. Es wird immer mehr Obst geklaut. Denn in Hebsesau werden ganze Bäume abgeerntet. Und zwar verschwinden Kirschen, Äpfel und Nüsse unbezahlt von den Verkaufsständen, die es an der Hauptstraße gibt. Tja. Jonas, was macht das mit dir? Sind wir in Deutschland noch sicher? Fällt es noch unter Mundraub? Es muss aber ein großer Mund sein. Der Mund hängt wahrscheinlich davon ab, wie viel man auf einmal in sich reinstopfen kann. Aber ja, ich habe auch ja gelesen, dass Besitzer von Obstbäumen ganze Familien beobachtet haben, wie die mit Leiter und Auto angekommen sind und innerhalb von Minuten wie ein Heuschreckenschwarm einen ganzen Baum leer gefegt haben und dann wieder weiter sind. Pflanzt doch eure eigenen Bäume. Ja. Wenn ihr so geil auf Kirschen seid. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ja. Man muss halt zehn Jahre warten, bis da mal was rumkommt. Und jetzt sehe ich hier gerade noch die Überschrift der Mixer der Geschichte schrieb. Und zwar die Firma Elektrostar feiert hundertjähriges Bestehen. Diese Firma kommt wohl aus Reichenbach an der Fils ursprünglich. Und ja, dieses Traditionsunternehmen hat hier kommentiert. Toller Beitrag. Vielen Dank und liebe Grüße aus Ebersbach. Also es sind wohl umgezogen. Eins weiter. Auch wir gratulieren natürlich ganz herzlich an den Star-Mix von Elektrostar und freuen uns natürlich über eine kleine, wenn wir da auch mal so ein Paket zu bekommen. Deines Dankeschön für die Glückwünsche. Dass wir hier so toll über euch berichten. Ein kleiner Bleistift mit integriertem Mixer wird es auch tun. Dann habe ich noch gelesen, dass Kirchheims ältestes Sportstudio insolvent ist. Auch wegen der Corona-Pandemie. Jonas, wo wirst du jetzt Sport machen? Gleich wie davor gar nicht. Auf der Tartanbahn am Reichberg Gymnasium in Ebersbach mit meinen Hotpants und den Rollschuhen. Sehr gut, dann sind wir da auf jeden Fall auch schon mal safe. Und dann habe ich noch gelesen, dass es eine Kooperation der Straßenmeistereien des Landkreises Esslingen und Göppingen geben soll, sodass die klimaneutraler werden. Findest du das eine gute Idee, Jonas? Wenn es was bringt, ja. Ja. Ist es nicht der Albtraum jedes Menschen im Landkreis Esslingen und im Landkreis Göppingen so ein Stück weit zwangsvereinigt zu werden? Zusammen zu arbeiten. Ich glaube, wir sind soweit, die Alten, abgesehen vom Straßenfahrverhalten, alten Grenzen hinter uns zu lassen. Diese Erbfeindschaft langsam mal feierlich zu begraben. Bin ich auch auf jeden Fall dafür. All the love to the Landkreis Göppingen, auch hier vom östlichen Landkreis Esslingen aus. Ja, das waren schon die Tech-Botenschlagzeilen der Woche. Vielen Dank. Sehr gerne. So, dann hatten wir es ja auch letzte Woche von dem grausigen Mord 1921 in Weilheim. In dem Zuge dann auch rausgekommen ist, dass es in Weilheim und Umgebung mehr als 85 von diesen kleinen Gedenkmälern geben solle, die ich noch nie gesehen habe. Meine Tante hat die letzte Folge gehört und die hat ein Buch bei sich daheim rumliegen, in dem es genau nämlich um diese Kleindenkmäle im Landkreis Esslingen geht und da habe ich ein bisschen rumgeblättert und bin tatsächlich nochmal auf, also da steht auch die Story drin von dem Mord von Karl Etzel an Marie Frank, aber auch viel zu diesen sogenannten Sühnekreuzen, die man überall mal findet, wenn man in der Gegend rumläuft, bei denen die meisten wahrscheinlich gar nicht wissen, dass es sich tatsächlich um Kreuze handelt, die Verbrecher im Mittelalter aufstellen mussten, nachdem sie an diesem Ort ein Verbrechen verübt haben. Oh, okay. Und dann bin ich nämlich auch drauf gestoßen, in Weilheim, noch öfter der Punk ab, was Mord angeht, in der oberen Rheinstraße in Weilheim, also jetzt nochmal kurz zurückgespult, willkommen zu Techast Mystery mit Dr. Thomas Weinzer. Es befindet sich ein sehr kleines Kleindenkmal, ein sehr altes, es befindet sich ein sehr altes Kleindenkmal in Weilheim an der oberen Rheinstraße. Dabei handelt es sich eben um so ein Sühnekreuz, wie ich es gerade erwähnt habe. Und das erinnert an einen Brudermord, der sich 1478 im Weilheimer Schloss ereignet hatte. Quasi gerade eben erst. Ja, genau, also von kurzem, die Spuren sind noch frisch, hier verwalteten die Herren Hans und Eitel von Wernau die Stadt Weilheim als Pfandlehen des Hauses Württemberg und bei einer Erbauseinandersetzung der Söhne des Eitel kam es dann wohl zu einem Streit, wobei einer von ihnen erschlagen wurde. So eine klassische Kein und Abel Story mitten in Weilheim das Söhne Kreuz 125 Zentimeter groß und 62 Zentimeter breit aus Sandstein gebaut, stand ursprünglich auf freiem Feld am Weg nach Kirchheim im Lauf der Jahrhunderte, auch weil der Weg nach Kirchheim wahrscheinlich so nicht mehr existiert, fand es zuerst Schutz in der Kapelle und wurde dann später an der Außenwand eines Hauses in der oberen Rheinstraße angebracht und das ist wohl auch eins der wenigen Söhne Kreuze zu denen man tatsächlich auch genaueres weiß, wieso die da angebracht wurden und ich fände es ziemlich fancy in einem Haus zu wohnen, wo man einfach so ein Söhne Kreuz stehen hat aber auch ein bisschen makaber Ja, das stimmt tatsächlich weil da vor 600 Jahren mal einen Bruder einen anderen Bruder erschlagen hat Ja, klassisch Das war's mit Techast Mystery Shorts Jonas, wir haben mal in die Statistik geguckt und zwar ging es um die Frage wo unsere Hörer überhaupt herkommen weil wir ja einen Podcast für die Region machen so ein bisschen Kirche am Tech aber auch Nürtingen Ebersbach Reichenbach bis hin nach Esslingen Köppingen Wo man halt als Jugendlicher mal hinkommt Ja, wir sind ganz offen in diesem Dreieck hier Bemuda-Dreieck unter den süddeutschen Regionen Verdammt Das wäre für nächstes Mal gut Und Jonas du hast rausgefunden wo unsere Hörer dann herkommen Ja, tatsächlich so über die Seite über die wir unseren Link auf Instagram betreiben dass ihr unsere Hörerinnen und Hörer immer zur aktuellen Folge geleitet werden haben wir natürlich auch immer ein paar Insights und da ist es ganz interessant weil natürlich die meisten Klicks kommen aus Deutschland allerdings auch jeweils ein Klick aus Brasilien Irland und Belgien Yes, wir sind ein international erfolgreicher Podcast und am meisten wurde der Podcast in Kirchheim angeklickt aber auch in Mark Groningen wo auch immer das sein mag Ich finde nur Mark Gröningen kann es sein dass es einfach von der amerikanischen Webseite Das kann gut sein Das wäre bei Ludwigs Ah bei Ludwigs und dann auch in Alzenau in Unterfranken Ganz liebe Grüße Fast Ganz liebe Grüße an unsere unterfränkischen Zuhörer Genau Da wurde es fast so oft angeklickt wie in Kirchheim und Mark Groningen und dann folgt Stuttgart Erzhausen Villingen Schwenningen Frankfurt am Main Main Mainz und Ulm Also wir sind eigentlich fast überall vertreten Ja gut das mit Villingen Schwenningen könnte ich gewesen sein Siebenmal hast es angeklickt in dem Fall Ja dann ist mein Handy kaputt gegangen Nicht mal selber alle Folgen angehört Sag mal Erzhausen keine Ahnung Doch ich hör sie ja vor der Veröffentlichung Ja das stimmt Würde ich jetzt auch behaupten Ähm Ja Ich hab unser Freundschaftsarmbändchen noch an Ja ich hab's heute Morgen abgerissen Weil ich konnte es nicht mehr ertragen es an meinem Arm zu haben Ja Mich hat's heute Nacht gestört und ich hab's trotzdem anbehalten Ja ich war schwach Ich geb's zu Ich verdiene unsere Freundschaft nicht Sehe ich auch so Ja das waren die Insights Das heißt wir müssen äh deutlich internationaler denken Ja Für die Zukunft für die zweite Staffel Der nächste Podcast muss also die nächste Folge muss also auf Portugiesisch Brasilianisches Portugiesisch äh Englisch und Französisch beziehungsweise Niederländisch gehalten werden Und dann haben wir alle abgedeckt Das kriegt man auch noch hin Ja Spätestens bei den Interview folgen wird das dann interessant Ja wenn auch dann die Gäste dann auch antworten müssen Dann haben wir so ein Multilinguales Arte errichtet Ja Ich möchte aber gern mal von unseren Alzenauer Fans hören wie sie denn zum Techcast gekommen sind Ob das Exil Kirchheimer sind oder Region Wer zieht denn aus Kirchheim weg und dann nach Alzenau in Unterfranken Ja gut ich meine das ist ja glaube ich schon fast das ist ja glaube ich schon fast Frankfurt Ja da kommen ja auch welche Ja also das ist ja schon richtig ich glaube die Rede sogar schon so hessisch hessisch ja Das glaube ich gleich in der Nähe von Frankfurt also so ganz äußerster Winkel in Bayern Ja also liebe Alzenauer sagt uns doch mal was warum ihr den Techcasts anhört was ihr gut findet was ihr schlecht findet wollt ihr mehr Lokalpolitik sollten wir einen Spin-off machen einen Alzenau sollen wir mehr Alzenau mit in den den Frank-Cast den Alzenau und für die Mark-Groninger-Fans natürlich die ja fast mehr vertreten sind wie die Kirchheimer da müssen wir noch den Mark-Cast machen Karst-Groningen Karst-Groningen oh ja Gröningen Gröningen ja Karst-Groningen Kron-Cast oder wir nennen uns einfach die Nestbeschmutzer oder so und wir denen den Podcast für alles Land aus für alle für alle Podcast für alle eure Regionen euer Podcast und dann machen wir von jedem von jeder Jugendkonferenz berichtet dann ausführlich welche Linker komische Fragen gestellt hat und welche FDP-Bundestagsabgeordnete sich verkniffen hat die Jugendlichen als arm zu beleidigen und wieso sich die SPD schon wieder selbst beweihräuchert hat das gibt es dann aus jeder kleinste und wie viel die OBs dazu zu sagen haben rund in Deutschland insgesamt finde ich sehr gut ja Jonas ich habe ein klitzekleines neues Guilty Pleasure entwickelt und zwar im Zuge der EM hat es mir immer wieder Fußballvideos in die Timeline gespült und vor kurzem hat es mir eben auch angefangen Kreisliga Compilations in die Timeline zu spülen beziehungsweise auf die Startseite und ich bin der Versuchung erlegen es ist super lustig ich empfehle es auf jeden Fall jedem es gibt auch immer mal wieder von baden-württembergischen Vereinen TSV TSV kam bis jetzt noch nicht vor ich bin auch hinterher Liga echt glaub verbannt ja ähm nichtsdestotrotz möchte ich mal einen ganz großen Respekt und fette Props an alle Schiedsrichter in der Kreisliga aussprechen die sich da durchquellen Wochenende für Wochenende beleidigen und anfeinden lassen für ein paar mickrige Euro ähm reicht für einen Radler am Ende ja wenn überhaupt und dafür kriegst du selbiges noch an Kopf geschmissen richtig Bock vom Spielervater oder Spielermutter also sehr schön dass ihr diesen Job macht und dass ihr das so durchzieht finde ich auf jeden Fall ziemlich cool denn also ich bin finde an dem Video ist echt immer das interessanteste die Schiedsrichter und äh bin quasi immer für die Schiedsrichter in diesen Kreisliga Videos auch gut kann man ganz entspannt zuschauen Reutlingen kommt immer wieder vor spielen die in der Kreisliga weiß ich nicht auf jeden Fall äh gibt es immer mal wieder in diesen Compilations Ausschnitte vom SSV Reutlingen ähm wie die irgendwie umgrätschen äh in Eutlingen geht es zur Sache sehr empfehlenswert ich habe noch von der Landesschau Baden-Württemberg ein Video gesehen das ist nichts aktuelles und es ist auch direkt aus der Region aber ich fand es trotzdem erwähnenswert und zwar geht es da um eine Familie mit Fünflingen und erst mal fand ich es interessant dass die Frau ihr Mann bewusst eins verschwiegen hat dass sie gesagt sind Drillinge als sie erfahren hat es sind vier und dann später stellte sie sich eben raus als Fünfling jetzt war das Karma Baby wahrscheinlich ja jedenfalls stellt dann die Mutter jedes Kind einmal so einzeln vor und ähm da musste ich dann doch ein bisschen lachen ähm ihr werdet gleich merken warum und zwar hat sie äh es quasi halt so nacheinander vorgestellt also ja das ist Kind eins ähm das ist total ehrlich und selbstbewusst ja das ist Kind zwei die ist super ähm höflich und hilfsbereit und aber auch temperamentvoll und das ist Kind drei das ist unser Schlauerle so das ist äh das ist unsere Käpsele weiß alles ähm dann haben wir Kind vier das ist sportlich und das ist unser Kind fünf und es fehlt was wenn der nicht da ist oh nein es fehlt einfach das Salz in der Suppe war die war dann noch hat sie noch mal nachgeschoben was ich fand hat es nicht besser gemacht also ganz liebe Grüße an das Kind fünf von diesen fünf wir lieben dich von uns würdest du Eigenschaften bekommen ja ich habe noch ein Funfact ja der darf natürlich nicht fehlen doch ab und zu muss er fehlen weil ich manchmal nichts Interessantes finde aber diesmal habe ich wieder was gefunden tatsächlich ist nämlich ähm der VfL Kirchheim der der erste Verein in Deutschland gewesen der eine aktive Ausländermannschaft ich setze es mal so ein bisschen in Anführungsstrichen geführt hat in Deutschland und zwar Catania AC Catania Kirchheim genau ja bekannt und beliebt auf jeden Fall aber es ist wohl die erste aktive Ausländer Fußballmannschaft in Deutschland gewesen wusste ich nicht ich auch nicht haben wir wieder was gelernt ich habe auch auch damals gar nicht gewusst dass es der AC Catania Kirchheim wäre und als der AC Catania mal in Weilheim gespielt hat ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang und ich war noch ein Kind dachte ich tatsächlich das wäre eine italienische Mannschaft die extra angereist wäre fand das richtig toll es hat ein richtiges Flair auf einmal der große TSV der große TSV gegen den Almighty ASC ja und im Zuge dessen ist mir auch eingefallen dass ja Schlecker seine erste Filiale in Kirchheim hatte also ist mir nicht eingefallen sondern der Fakt ist mir eingefallen ich habe das nicht selber miterlebt aber die erste Schlecker Filiale von diesem großen Erfolgsunternehmen Schlecker war tatsächlich in Kirchheim Tech und hat von da groß von da was quasi Deutschland erobert und der tiefe Fall kam auf der tiefe Fall folgte prompt in Weilheim als da die Schlecker Filiale zumachen musste und danach dieses dann Schlecker ist insolvent das war der Ausschlag da ist dann der große Markt weggebrochen also denkt immer dran wenn ihr eine Drogeriekette eröffnen wollt nicht in Kirche am Anfang und nicht in Weilheim zumachen und mit diesen Worten entlassen wir euch jetzt in die nächste Woche beziehungsweise in die nächsten zwei Wochen und melden uns dann wieder mit der zehnten Folge mit der zehnten und finalen Folge dieser Staffel Keine Sorge wir hören nicht ganz auf aber wir wollen mal ein bisschen ins Freibad wenn das geht ansonsten machen wir halt weiter so lange bis die Sonne scheint jetzt machen wir Staffel 2 direkt danach wir reden das nächste Mal dann in Staffel in Folge 10 nochmal ausführlicher darüber wie es dann weiter geht und wünschen euch jetzt auf jeden Fall eine gute Woche und ja Beständigkeit im Wetter also positiv warmes Wetter wir wünschen euch warmes Wetter ciao tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal